I must rest my old High alert, cancelled So Damit Haben wir alle Agenten getötet Wir haben einen Schub getötet Biologen trainiert, Techniker hingerichtet Super viel Money gemacht, obwohl Unser Money Bank voll war Was ist das? Uh Okay Drei Arbeiter 250.000 Zehn Sekunden Wahrscheinlich ist das Ja, ein Schwarm Vögel in Gold verwandelt Das ist ein riesiges Ding hier Ich meine, wir können zwar so viel Geld Überhaupt gar nicht Erledigen Und hier sind überall Leute, die zu Gold Gemacht worden Finde ich lustig Das sind die, meine Gold-Mitarbeiter Aber die möchte ich hier nicht Aber ich könnte ein Bestimmt Hier so, gucke mal Hier so, dass man denkt, okay Aber auch nur einen Aber auch nur einen Die anderen, die hier über so sind Das sieht ganz nach Agent X aus Wenn jemand wüsste, dass sich das in deinem Sitz befindet Ja, dann weg damit Oder ist das das, was geklaut werden muss Nee, ne Sind hier so viele Leute Leute Die hatte ich, glaube ich, auch So, bringen wir ein paar weg davon Fünf Berichte für zehn Berichte Sechs Arbeiter gehen dorthin Tresorium ist voll, ja Tresorium ist komplett voll, ich weiß Töte Einen Soldaten Erkunden Nein, danke So, Jubei ruht sich aus Und wir setzen uns bitte auch hier hin Wie sieht's denn jetzt mal aus? Wir haben sechs Wächter, drei Soldaten, okay Sechs Diener Zwölf Techniker, Wissenschaftler, Biologen Das heißt, theoretisch trainieren hier oben nur Wächter und Diener Und natürlich dann, Söldner Training has stalled Das sind hier intelligente Leute Hat er rausgebracht? Ja, okay Da muss Jubei doch nicht kommen Was sind die jetzt wirklich so? Diese Leute von Ambos Ihr seht gar nicht auffällig aus Aber wir haben jetzt ja wirklich auch wieder einige Diener, PR-Männische und Partylogen Die das hier alles richten Gott sei Dank Oh Was die jetzt wieder alle herkommen Bin ich schon wieder ein bisschen doof Atom-Älger? Wie gesagt, Jubei ist halt einfach ein Tier, was das angeht Ja Your minions are in combat Your minions are in combat High alert, cancelled Die das hier ist halt Was ist das, was geht? Zwei Zeit Für mich zu der Die das hier ist Was ist das? Die 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 ganz schön was los hier jetzt aktuell nein 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 mein Freundchen ich höre, ich höre, ich höre, ich höre, ich bin alt, nicht stupido ein Intruder ist in der Lair, sie werden fallen wie hier diese Leute einfach reinkommen und Shuri sie halt einfach alle fertig macht gut, das soll mal bitte hier nacht werden ich glaube das ist wegen Midas, wir bekommen jetzt gerade mega Besuch von allen Leuten von allen Seiten ist hier oben irgendwas, nee kommt ja dann immer dieses Dreieck, wenn es dann heißt so und so sieht es aus ich glaube ich muss hier noch ein bisschen Klugheit ins Archiv ballern die sind hier doch ein bisschen angeschlagen na, Fernsehprogramm geht das läuft schlafen oben ist glaube ich auch perfekt Saboteur Hammer PR Manager ist jetzt die Frage den brauchen wir noch nicht hinrichten so gut, hier wird wieder alles durchtrainiert echt so ein bisschen Angst dass jetzt permanent super viele Leute kommen aber naja gut Forschungsprojekt müsste laufen irgendwann wenn wir haben 5 Biologen und 7 Wissenschaftler die können alle dran also forscht doch mal bitte Schergen wurden bezahlt wie viel Geld kosten mich die Schergen das können wir in den Statistiken sehen Geld und Unterkunft Gehälter 300.000 ist okay die kommen wirklich hier unten dann an wenn die dann irgendwas sagen und sind dann quasi da und die sind hier auch Hammerleute aber Hammerleute können hier gut abgefangen werden von meinen ganzen Tarnleuten sehr gut Neue Optionale Trainiere Techniker das wird auch irgendwann einfach so nebenbei passieren wir haben gerade 15 ja passt sogar perfekt muss ich noch einen trainieren vielleicht wird der auch gerade trainiert ist auf jeden Fall eine Leiste dran es wird auch ein Biologe trainiert und die beiden ja perfekt gucken schicke ich da jetzt mein Ding hin dann kriege ich schon wieder einen Söldner für 60 Klugheit hier ist auch noch so einer da ist Agent Steel aber auch nur Agent Steel mehr nicht nur der Agent das heißt Jubei kümmert sich um den oh oder auch nicht ist ziemlich stark Shane Steel oh komm Jubei ja was was I order you to locate and kill that intruder sound the alarms your minions are in combat mega leck research has been paused schon wieder was Jubei der läuft da unten rum das scheint alle gewesen zu sein I must rest my old bones genau Jubei du ruhst dich bitte aus research has resumed your walls are full your walls are full so wie sieht es jetzt oben aus wer ist jetzt durchtrainiert schade Jubei hat sich erholt sehr gut sehr gut mein lieber freund Jubei ist halt einfach Meister da oben sechs Arbeiter Geld los geht's wie viele Arbeiter haben wir eigentlich 23 kommen wir wirklich ein bisschen mehr Arbeiter wieder Wächter haben wir sechs A scheme has succeeded na hier oben ich sag mal so wenn wir hier gute gute Ablenkung haben hier von denen dann kommen die ja auch gar nicht mehr hier rein und dann können die Wächter sich gut nachbilden und nachtrainieren neue optionale Mission trainiere Wächter das passiert ganz nebenbei die hier Stufe 3 Hammer Mitarbeiter brauchen wir Hammer wir müssen Rums und Hammer töten wir müssen sogar drei Hammer Leute töten die Frage ist kriegen wir das hin Shubei ist eigentlich recht gut dabei das heißt theoretisch kriegen wir das hin hier sind auch noch zwei Wächter also wollen wir diese drei Töten für die optionale Quest und kill them verkaufen wir sogar Schubblechen hin Perfekt, jetzt kommen die rein und Shubir verprioritiert einfach. Jubei, unser Meisterverprügler, wo ich wieder ein bisschen auswählen würde. Das alles, Töte Soldat, wir sind so gut wieder dabei. Gut, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo sich alles wieder gut stabilisiert hat. Wo wir eigentlich nur darauf warten, dass die Forscher hier unten durchgelaufen ist, um die Story-Forschung zu machen. Wir haben acht Wächter, zwei Soldat. Es ist noch nicht so die Quelle, die wir haben wollten. Ermittler, Welle ist eingetroffen. Die sehen auf einmal lustig aus. Das sind die hier alle. Ein Plan hier oben. Drei Arbeiter machen mal ein bisschen Argon runter. Hier die Leute müssen alle getäuscht werden. Also wirklich, falls die irgendwie hier durchkommen, durch diese Sicherheitstür. Ich mach die mal übrigens Stufe 3. Und die auch. Perfekt. Sehr gut, meine Freunde. Sehr gut. Zu oben aus. Der nächste Söldner, den wir jetzt trainieren können. Wenn ich denn rechtzeitig da bin. Forschung abgeschlossen. Gib deinen Schergen einen Tempovorteil, wenn die gerechten Mächte anrücken. Dadurch dauert es länger, bis sich Argon bildet. Na dann gehen wir gleich auf die nächste Forschung. Die falschen Pläne. Gut genug, um das Interesse von Schurken zu wecken. Die Pläne zeigen nur einen mit Lautsprechern verbundenen Kassettenrekorder. Aber wenn sie gestohlen wären, dürfte das die gerechten Mächte verwirren. Ja, wir kriegen falsche Pläne. Und los geht's und du. Machst das schon perfekt. Und dann setzt du dich jetzt bitte hier auf den Stuhl zurück. Und hier etwas verbessern wollen wir aktuell. Nicht.